Dass einige konkrete Fälle auch gelöst werden konnten, dass einige Menschen frei sind, aber wir haben nach wie vor einige Staatsbürger, deutsche Staatsbürger in Haft und ich werde und habe darauf gedrängt, aber werde das auch weiter tun, dass auch diese Fälle zügig und möglichst schnell gelöst werden können. Und wir werden morgen beim Frühstück auch noch in ausführlicher Weise einige dieser Fragen besprechen können. Deutschland hat ein Interesse an einer wirtschaftlich stabilen Türkei, an einer Türkei, die wirtschaftliches Wachstum aufweisen kann. Deshalb haben wir uns natürlich auch über bilaterale Fragen der Wirtschaftskooperation ausgetauscht. Hier hat es ja auch Besuche der entsprechenden türkischen Minister vor dem Besuch des Präsidenten bereits gegeben. Darauf konnten wir heute aufbauen und insofern haben wir ganz konkrete Dinge. Der Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier wird in die Türkei reisen. Die gemeinsame Wirtschaftskommission wird zum ersten Mal tagen und zum zweiten Mal auch das deutsch-türkische Energieforum. Und ich begrüße sehr, dass der Präsident Erdogan eine Stelle direkt beim Präsidenten eingerichtet hat, die sich auch mit technologischer Zusammenarbeit beschäftigt. Und hier wird Deutschland sehr intensiv auch mit der Türkei zusammenarbeiten. Wir haben über das Thema der Migration gesprochen. Die Türkei leistet Herausfragendes, was die Beherbergung von über drei Millionen syrischen Flüchtlingen anbelangt. In diesem Zusammenhang haben wir natürlich auch das Thema Idlib besprochen und werden das morgen auch noch einmal vertiefen. Wir sind dafür, dass es ein Vierertreffen geben wird, denn die Situation ist nach wie vor fragil. Des türkischen Präsidenten, des russischen Präsidenten, des französischen Präsidenten und mir. Wir streben an, dass das noch im Monat Oktober der Fall sein wird. Und wir haben natürlich auch über die Umsetzung der EU-Türkei-Vereinbarung gesprochen. Wir stehen zu unseren Verpflichtungen, die wir eingegangen sind. Und wir müssen weiter schauen, dass das Geld, was die Europäische Union für Flüchtlingsprojekte gibt, möglichst unbürokratisch auch zur Verfügung steht. Wir wollen unsere Zusammenarbeit im Bereich der Bekämpfung von Terrorismus verbessern. Hierzu auch entsprechende Kontakte der Innenminister wieder aktivieren. Und wir haben einen intensiven Dialog der Außenminister, nicht nur über außenpolitische Fragen, sondern auch zum Beispiel Fragen von Schulen, deutschen Schulen in der Türkei, aber auch Möglichkeiten.